Hallo meine Freunde der guten Unterhaltung, ich bin es wieder der Florian und zwar geht es heute um meinen Smart Ford 2. Ich habe mir diesen Wagen gekauft, weil ich da ein Ersatzteil draus haben wollte, das passt leider nicht in meinen Roadster rein. Insofern verkaufe ich das ganze Auto jetzt einfach wieder so wie es ist und ich möchte euch den Wagen einfach mal kurz vorstellen, wie er so ist und meine Erfahrungen mit Ebay Kleinanzeigen teilen. Musik Musik Ja, hier seht ihr schon, mein Smart Ford 2. Er ist schwarz-schwarz, innen in Lichtgrau und ja, ihr seht, dass er auch die Standard-Radkappen hat, sieht sehr gut aus, also deutlich besser als rein Stahl. Dann hat er noch hier diese kleine Antenne, finde ich auch sehr schick und innen ist er in Lichtgrau gehalten. Ihr seht ja, ich hatte die Batterie da abgeklemmt, dass er nicht zu platt wird und deswegen liegt das noch so da, ansonsten ist der Wagen in einem sehr guten Zustand. Klar hat er leichte Flecken im Innenraum, aber meine Güte, das kann man auch relativ leicht wieder reinigen und ich denke, insgesamt kann man mit dem Zustand zufrieden sein. Gerade die Body Panels und Co., die sind alle noch heil, häufig sind die ja mittlerweile kaputt, auch die hinteren Seitenscheiben sind gerne mal blind, was der jetzt nicht hat, Rückleuchten sind auch mal nicht feucht und geschweige denn blind oder ähnliches oder gesprungen. Das sind so die typischen Macken und ihr seht jetzt hier auch nochmal auf der anderen Seite, da ist halt auch noch alles in Ordnung und sehr gepflegt. Wenn der Motor jetzt nicht nur auf zwei Zylindern laufen würde, wäre das halt echt ein toller Smart Ford 2. Typisches Problem ist hier am Dach, da löst sich immer diese komische Beschichtung, keine Ahnung, woher das kommt, das ist aber ein typisches Thema. Gut ist, was ihr hier seht, er hat nicht dieses Glasdach, das kann im Sommer auch schon mal so ein bisschen nervig sein, man hat dann zwar da so einen Sonnenschutz, aber insgesamt wird es recht heiß. Ihr seht hier auch nochmal die dritte Bremsleuchte, die ist auch ganz, auch der Heckscheibenwischer funktioniert, was auch nicht immer unbedingt der Fall ist. Genau und ansonsten denke ich, kann man über den Zustand nicht meckern. Ich werde euch jetzt dann halt nochmal zeigen, welche Erfahrungen ich jetzt hier mit Ebay Kleinanzeigen gemacht habe, das werdet ihr dann gleich im Anhang sehen. Ja und kurzer Zwischenstand, hier steht ja der A36, da habt ihr das Video ja auch am Freitag schon gesehen. Schilder sind schon an die Werkstatt zurückgegeben und dann wird es in den nächsten Tagen da losgehen, wie ich den nachher um bzw. weiter baue. Und ja, einfach nur hinterlasst einfach einen Kommentar am besten, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit meinen Autos und auch hier mit dem E36. Am besten abonniert ihr auch meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Danke! Ja, willkommen auf meinem Inserat und hier ist es jetzt so, dass ich den Wagen erstmal für 750 Euro inseriert habe und ihr seht schon, dass ich 220 Klicks hatte und das in relativ kurzer Zeit. Ja, also ich hatte das morgens inseriert und dieses Video habe ich dann ja später gemacht am Abend. Und genau, jetzt schauen wir uns einfach schon mal die Bilder an. Ich gehe meistens einmal außen rum. Ihr seht das schon, wie ich dann vorne das Eck und dann die Seite halt gemacht habe. Beim Smart ist das natürlich jetzt ja relativ kompakt, weil ihr das Auto einfach ziemlich schnell schon fotografiert habt. Einmal ringsherum und dann mache ich halt meistens noch ein, zwei Innenraumbilder. Motorraum, ja, erübrigt sich so ein bisschen bei diesem Auto, würde ich jetzt einfach mal sagen. Weil hinten ist ja nur diese kleine Luke und da sieht man nicht viel und da ist wahrscheinlich der Innenraum in meinen Augen einfach etwas wichtiger als jetzt so ein Motorraum. Genau, so sieht das dann im Prinzip bei mir aus. Ja. Genau, fangen wir doch einfach mal an mit dem Ersten. Da sehen wir im Prinzip schon Dodo. Das sind ja jetzt nicht echte Namen für gewöhnlich, die da drin stehen. Und meistens eh nur Abkürzungen, von daher denke ich, datenschutzmäßig ist das wurscht. Ihr seht schon, guten Tag, würde ich Ihnen 300 Euro bieten. Da habe ich auch schon gar nicht mehr drauf reagiert, weil zu diesem Zeitpunkt hatte ich den Wagen dann auch schon verkauft. Und das Einzige, was ich wahrscheinlich geschrieben hätte, wäre wahrscheinlich auch nur Sier in Sarat. Und ich meine, für 300 hätte ich den auch eh nicht verkauft. Schauen wir uns mal den nächsten an. Genau, den hatte ich dann auch nochmal angerufen schon. Allerdings ist er nicht rangegangen und insofern hat sich das Thema dann ja auch erübrigt gehabt. So, dann schauen wir uns mal den hier an. Ja, auch so eine typische Nachricht, einfach nur Hallo. Ich meine, keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Das ist wahrscheinlich auch einfach nur so ein Speer gewesen. Ja, der Mann hat offensichtlich oder die Frau, je nachdem, man weiß es ja nicht, das Inserat nicht gesehen. Beziehungsweise gelesen. Und da habe ich dann einfach auch wirklich nur geschrieben, siehe Inserat, schicken Sie mir Ihre Nummer bei Interesse. Und ist ja auch komplett sinnlos im Prinzip, sich mit solchen Leuten dann noch auseinanderzusetzen. Ja, schauen wir uns mal Ismail an. Hallo, ich möchte einen Termin. Dann schick mir deine Nummer. Gut, das hat er auch gemacht. Eventuell war das auch jemand, mit dem ich mich dann getroffen habe. Und den, wie man sieht, hat man halt nicht erreicht. Das ist irgendwie ganz oft so. Also, ganz komisch. Naja, was soll's. Der nächste, ja, ist auch wieder so eine Nonsens-Geschichte. Da ist es aber ganz lustig. Weil, nimmst du mich für 300 Euro mit? Ich denke, ja, wohin soll ich dich denn mitnehmen? Bist du geimpft? Wäre ja auch mal eine gute Frage. Darauf hat er tatsächlich geantwortet. Und auch ganz lustig, also den zweiten Satz, den verstehe ich eigentlich auch nicht so richtig. Ich bin kein Auto, wenn du 300 Euro zahlst. Ja, keine Ahnung, was uns das sagen soll. Smart. Jedenfalls habe ich ihm das auch gesagt. Okay, verstehe ich jetzt nicht. Aber schau noch mal ins Inserat. Vielleicht sprechen wir aneinander vorbei. Und, ja, verkaufen sie smarte Autos. Ja, keine Ahnung. Smarte Autos, smarte Homes, natürlich. Ja, und dann kommt natürlich auch hier wieder diese schwachsinnige Frage. 300 Euro, bla bla bla. Das ist wahrscheinlich so der Schrott-Ankaufpreis oder so. Aber, ja, also ich habe jetzt 500 bekommen. Ich denke, das ist auch ein fairer Deal gewesen für das Auto. Das hier ist dann halt so, hauptsache billig, billig. Und, genau, braucht ja auch kein Mensch. Gucken wir mal den nächsten an. Hallo, hat das Fahrzeug Probleme? Ah, ja, genau, das war der, dem das dann auch relativ schnell aufgefallen ist. Und, ja, er ist es halt auch nicht einer der einzigen gewesen, die, wie ihr ja schon gesehen habt, das nicht wirklich gelesen haben. Aber er ist der einzige gewesen, dem es dann von alleine auch aufgefallen ist. Auf jeden Fall eine ganz lustige Sache. Hat sich dann ja auch schon über erledigt gehabt. Ach, ja, diese letztendlich vorgestellt MFG Thorsten. Da seht ihr ja auch schon, viele nehmen ja im Prinzip mittlerweile tatsächlich auch deutsche oder europäische Namen. Obwohl dann halt, ja, Arabisch, Türkisch, keine Ahnung, ich kenne mich mit diesen Sachen nicht aus. Auf jeden Fall südländisch Mitbürger dann auftauchen, die dann meistens Mehmet, Murat oder sonst wie heißen. Jedenfalls hatte ich mit einigen auch schon mal darüber gesprochen. Die sagen halt natürlich auch, dass sie mit solchen Namen eher auch nochmal einen Zuspruch bekommen. Und scheinbar gibt es da auch gewisse, ja, eventuell Vorurteile etc. pp. Allerdings bei solchen Nachrichten, ihr merkt ja auch schon, das macht halt wenig Sinn, wenn man sein Auto zu einem halbwegs fairen Preis verkaufen möchte. Weil die im Prinzip immer nur auf den allerletzten, billigsten, billigsten Preis aus sind. Und so ein wirklich gutes, faires Geschäft kann man mit denen eher selten machen. Ist zumindest meine Erfahrung. Ich meine, wenn man jetzt totalen Schrott hat und die einem halt das Auto abholen kommen, ist es wahrscheinlich auch nochmal einfacher, als wenn man einfach nur zu einem Schrottplatz fährt und es dort abholen lässt. Vielleicht kriegt man da auch nochmal einen Ticken mehr. Ja, aber ihr habt ja gesehen, also mein Smart hatte ich einfach ein bisschen sauber gemacht von außen. Der war außen nämlich richtig schmutzig. Und dann war das auch alles schon in Ordnung und habe dann auch noch einen fairen Preis dafür bekommen. Also das macht einfach viel her. Genau, und dann müsst ihr auch nicht auf solche Sachen eingehen. Ja, schauen wir uns mal Mario an. Guten Morgen, ist ihr Auto noch zu haben? Das ist halt auch wieder so eine typische Nachricht. Und dann habe ich halt einfach geschrieben, siehe Inserat, weil ich möchte natürlich die Telefonnummer haben. Weil wenn die die Telefonnummer schicken, dann haben die auch eher Interesse. Was ist ihr Schmerz, ganz bitte? Ja, gute Frage. Also ich hatte gerade keine Schmerzen, aber danke der Nachfrage. Er hat das dann auch nicht wirklich verstanden. Ja, dann schreiben sie nicht, Preis ist verhandelbar. Danke. Und dann habe ich das Ganze versucht aufzuklären. Sie wollen verhandeln, siehe Inserat. Also da braucht man auch nicht weiter drauf eingehen. Ich habe ihn halt so ein bisschen hops genommen. Ich denke mal, das ist aber noch auf eine freundliche Art und Weise passiert, worüber man auf jeden Fall schmunzeln kann. Er zwar selber nicht, aber ihr werdet auch sehen. Also manche sind richtig aggressiv und beleidigen einen chronisch, wo man sich einfach nur fragt, meine Güte, woher kommt dieser ganze Frust? Das darf man sich dann natürlich auch nicht zu Herzen nehmen, weil das bezieht sich für gewöhnlich ja auch nicht auf einen selbst. Ja, Harley ist scheinbar eine Autoverwertung. Sonne bieten 50 Euro für alle Autos. Ja, das ist doch schon mal schön. Also ich würde auch einen Rolls Royce für 50 Euro nehmen, könnte mir dann geben. Bin ich auch hier weiter nicht drauf eingegangen, seht ihr ja. Also macht gar keinen Sinn. Oh, na, dann schauen wir mal hier rein. Der hat uns mal die Nummer geschickt. Hallo. Ja, dem habe ich dann auch nochmal gesagt, dass er ins Inserat schauen soll. Dann hat er das nochmal gelesen und auch verstanden. Keine Ahnung, ob ich mit dem dann nochmal Kontakt hatte. Ja, der hier wollte Sonntag kommen, dann siehe Inserat. Der hatte also auch nicht verstanden, dass ich einfach nur eine Telefonnummer haben wollte und dann kann man ja einen Termin vereinbaren. Und diese ganzen anderen Sachen, das sind einfach Sachen, ist zwar schön, wenn sie einem das schreiben, aber das sind ja im Prinzip Themen, die den Interessenten in dem Fall einfach nur betreffen. Das kann mir ja relativ egal sein als Verkäufer. Das heißt, man kann es halt knapp halten und einfach sagen, hi, ich würde gerne am Sonntag das Fahrzeug besichtigen kommen. Wäre das möglich? Und in dem Fall wäre es halt klug gewesen, einfach noch die Telefonnummer hinzuzufügen, weil ich das ja explizit im Inserat auch so gewünscht habe. Genau, dann bin ich da auch nicht weiter drauf eingegangen. Ich denke mal, der Herr Wollenweber oder Frau Wollenweber, je nachdem, wird jetzt auch eh festgestellt haben, dass der Wagen mittlerweile verkauft wurde. Ja, guten Morgen, fährt das Auto, habe Interesse, stand im Inserat. Genau, dann kommt er auch schon auf den Gedanken, dass ich ihn anrufen könnte, allerdings ohne Nummer ist das Ganze sehr schwer. Ich hatte auch schon mal jemanden, wir können ja mal reinschauen, ob der auch andere Angebote hat. Ah, das ist offensichtlich ein kleiner Händler, weil sonst würde er nicht noch ein Auto verkaufen. Um 0 Uhr hat er das inseriert, schauen wir uns das doch einfach mal ganz kurz an. Bli, blablub, relativ frischen TÜV gehabt, glaube ich, oder wie war das? 11,23, ja, gerade frischen TÜV gemacht. Ah, äh. Gut. Der Text ist äußerst kompakt gehalten, also in dem Fall gar nicht vorhanden. Ah, ein Kombi, sehen wir auch schon, dass er hier auf so einem Standplatz ist. Ganz unprofessionell die Bilder gemacht. Das Auto ist nicht immer komplett drauf, also ich achte immer darauf, dass man möglichst das komplette Auto sieht, es sei denn, ich mache halt mal ein explizites Detailbild. Ja, warum jetzt 3 und 4 gleich ist, da sieht man halt auch keine Mühe gegeben. Ja, diesen Teppich hätte ich auch raus gemacht, das macht auch schon keinen Sinn. Also das ist halt auch wieder so ein typisches Semi-aktiver Möchtegern-Händler, keine Ahnung, wie man das nennen mag. Vielleicht ist es auch ein richtiger Händler. Spielt aber auch keine Rolle. Und da braucht ihr auch gar nicht groß drauf eingehen, ja. Also wenn ihr einen halbwegs fairen Preis haben wollt, dann macht das mit denen meistens nicht so viel Sinn. Ja, er hat mir die Nummer geschickt, er ist nicht rangegangen. Ich glaube nicht, dass ich nochmal mit ihm Kontakt hatte, mit einem Uwe definitiv nicht. Dann schauen wir uns mal David an. Ah, der hat es sofort erreicht, das ist ja auch mal cool. Aber ihr seht, 9.51 Uhr schrieb er mir, um 10 Uhr rief ich ihn an. Also gegen 10 Uhr, das ist kurz danach gewesen. Und da fragt man sich natürlich auch, warum bist du denn nicht erreichbar dann? Also, komische Sache, Brunke. Ah ja, bei dem hat es sich dann erledigt. Da dachte ich allerdings, weil das von vorher schon war, dass der Wagen dann verkauft wäre. Hatte ich ja bereits erwähnt. Gucken wir mal hier. Also wir sind jetzt hier in diesem Bereich schon, wo ich den Wagen dann schon verkauft hatte. Ja, also wenn man nicht mal Hallo richtig schreiben kann, dann ist das natürlich richtig mies. Also naja, ich weiß auch nicht, was ich dann machen soll. Hier, der Sevis hatte beim ersten Mal auch schon geschrieben. Hier hatte ich mal versucht, das war einfach mal so ein Versuch, wie gesagt, wie reagieren die Leute darauf, wenn ich denen halt auch einfach nur mal Geblabbel schicke. Also Blablabla. Weil im Endeffekt ist es ja so, dass sie nicht auf das eingegangen sind, was im Inserat stand. Das heißt, sie haben im Prinzip meine Nachricht gar nicht wahrgenommen und schreiben mir einfach einen Blablabla-Text, weil er geht ja gar nicht auf das ein, was ich ihm gesagt habe. Und deswegen dachte ich mir, okay, probiere mal Blablabla. Er hat es dann auch sofort verstanden, finde ich gut. Hat es mir auch nicht krumm genommen. Warum auch? Ja, also es ist ja eigentlich eine lustige Sache. Wenn man so ein bisschen Humor hat, dann sollte man auch drauf kommen. Und er hat es dann auch getan, finde ich gut. Schauen wir mal, Sura. Genau, hallo, rufen Sie mich bitte an. Das war wohl zu spät. Da hatte ich wohl schon den Wagen dann verkauft. So, und dann geht es hier weiter. Hallo ist noch da. Ist halt auch wieder diese typische Sache. Wie gesagt, mein Versuch, Blablabla. Was? Er kommt nicht drauf. Blablabla, 100 Euro. Er kam noch immer nicht drauf. Und dann ist das Thema auch beendet gewesen. Er dachte wahrscheinlich auch, ich bin dumm. Ich meine, es ist ja auch so ein bisschen dumm. Aber meine Güte, man darf ja auch mal ein bisschen Spaß haben. Schauen wir uns das hier mal an. Ja, hallo, guten Abend. Auto noch verfügbar. Bin ich auch nicht drauf eingegangen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich einfach auch mir dachte, ach wofür, wenn die Leute es nicht mal lesen. Hier ist noch aktuell. Bitte melden. Bitte nochmal lesen. Auch sehr gut. Meine Güte. Hallo, die Motoren sind bekannt für Ölverbrauch, Zylinderschäden oder Zylinderkopfschäden, und wenn er nicht richtig läuft, kann es eine Spule sein, aber auch keine Kompression. Wenn keine Plastikteile außen gebrochen sind, würde ich für den 350 am Freitag abholen wollen. Genau, da habe ich dann halt auch einfach mal dieses Blabla-Spiel gespielt. Wechsel doch die Spule, ist kein Hexenwerk auf Blabla. Moin, am besten den Text. Dann bin ich ja auch tatsächlich mal drauf eingegangen, weil ich meine, der Mann oder Frau hat ja auf jeden Fall mal sinnvolle Texte auch geschrieben. Und am besten nochmal den Text lesen, damit er halt einfach versteht. Bitte inklusive verstehen und was dort geschrieben steht. Das ist, denke ich, auch einfach mal so ein netter Hinweis. Geht, kann man machen, finde ich. Erstens bei Interesse Nummer schicken. Das ist halt das Allerwichtigste gewesen. Zweitens, keine Wunschpreise schicken. Hat er ja auch sich nicht dran gehalten. Und drittens, ich will den Wagen so verkaufen. Es existiert kein Interesse, den Wagen weiter zu nutzen oder mich in irgendeiner Form damit zu beschäftigen. Sollen die Aasfresser machen, die damit Geld verdienen. Finde ich, ist auch mal eine offene und ehrliche Antwort. Kann man auch auf jeden Fall mal sagen. Denn im Endeffekt ist es ja so, das ist halt ein Auto für ein paar hundert Euro. Und ich brauche ihn selber einfach nicht. Und ich möchte mich dann logischerweise, klar könnte ich irgendwie 1000 oder 1500 Euro dann für dieses Auto bekommen. Wenn ich dann auch noch gegebenenfalls TÜV mache. Aber dann beschäftige ich mich mit diesem Auto. Und wenn ich den Wagen dann in die Werkstatt gebe, weil an so einem Smart rumzuschrauben habe ich mal gar keine Lust. Bezahle ich wahrscheinlich auch 500, 600 Euro, damit der dann wieder läuft. Und dann habe ich halt diese 500 Euro Invest von diesem Auto. 500, 600 Euro für Reparatur. Dann bin ich bei 1000, 1100 Euro. Und dann muss ich mir noch die Mühe machen, diese Kiste zu verkaufen. Ja, also dann halt für mehr Geld. Dann muss ich die Leute überzeugen. Ja, ist ein tolles Auto, bla bla bla. Und habe wahrscheinlich noch immer diese ganzen Penner, die das Auto für 200 Euro kaufen wollen. So, also sage ich mir doch lieber, verkaufe ich das so an jemanden, der es vielleicht selber reparieren möchte. Und damit sein Geld machen möchte. Oder einfach seinen Vorteil genießen möchte. Es gibt ja viele Leute, die kaputte Autos kaufen, die dann für sich reparieren und dann auch fahren. Macht ja auch Sinn. Und habe das Auto dann halt auch relativ schnell verkauft. Weil es geht immer schneller, ein Auto sehr, sehr günstig durchaus kaputt zu verkaufen, als ein Auto voll repariert mit neuem TÜV zu verkaufen. Weil das sind dann wieder die Leute, die sagen, ja, ich habe jetzt nicht viel Geld, das Auto muss aber in einem sehr, sehr guten Zustand sein. Zwei Jahre TÜV hätte der Wagen ja dann logischerweise. Aber dann haben die natürlich Schiss. Der Wagen hat 170.000 Kilometer. Ja, wer weiß, wenn was kaputt geht, bla bla bla. Ihr wisst, wie das ist. Und im Endeffekt habe ich mich halt dazu entschieden, den Wagen einfach so zu verkaufen. Ein wirkliches Geschäft hätte man so oder so aus meiner Sicht jedenfalls nicht machen können. Weil, wie gesagt, ich hätte den selber nicht reparieren wollen. Das ist mir einfach zu doof. Und ich finde das, also ich denke, das ist auch durchaus verständlich, warum ich das so empfinde. Genau, dann haben wir hier wieder einen. Ihr seht, es war echt mega Interesse. Hier auch wieder 500 Euro. Das ist zwar der Preis, den ich haben wollte. Meistens sagen die denen aber im Vorhinein 500 Euro, bla bla bla. Und kommen dann an und wollen dann nochmal 1000 Jahre verhandeln. Und dann hat man sich mit denen getroffen. Und die tigern dann einfach wieder ab. So. Und er hat es offensichtlich auch nicht verstanden. Ist dann auch nicht weiter darauf eingegangen. Vollkommen in Ordnung. Kann man auch irgendwie darauf verzichten. Genau. Minimumpreis. Auch wieder ein ganz tolles Deutsch. Er hat auch nur Bahnhof verstanden. Hat sich dann auch nicht weiter gemeldet. Was ja auch legitim ist. Wie gesagt, also auf solche bla 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 Sachen. Also wenn die selber nicht drauf kommen, dann kann ich auch verstehen, dass die sich nicht weiter drauf melden und sich denken, was ist denn das für ein Idiot? Könnte ich Auto abholen? Ja. Nächste Woche Montag. Warum habe ich dann bla bla geschrieben? Keine Ahnung. Vielleicht auch ein Fehler. Alter. Das war wieder so ein typisches Ding. Genau. Er war deswegen. Er hat sich einfach nicht mehr wieder zurück gemeldet. Wo ich mir dann halt auch frage. Ja, warum schreibst du denn, dass du unbedingt abholen willst? Und so weiter. Und dann kommt nichts zurück. Wenn man schon einen Vorschlag macht. So, dann schauen wir mal hier rein. Ich habe Interesse. Wann kann ich vorbeikommen? Bla bla. Gut, kam auch nichts mehr zurück. Gucken wir doch mal rein. Ob Rabi vielleicht auch so ein Semihändler ist? Nee, gar nicht mal. Der könnte für sich Interesse gehabt haben. Weiß man nicht. Ist aber auch nicht weiter wichtig oder tragisch. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Genau. Das sind offensichtlich. Mit dem hatte ich auch mal geschrieben. Wegen dem 166. Letzte Woche. Der versucht auch verzweifelt, seine Kiste loszuwerden. Aber wahrscheinlich ist die Karre auch komplett durch. Naja. Also das ist so meine Art, wie ich damit umgehe. Ich hatte auch nochmal die Überlegung, das Ganze etwas anders zu gestalten. Aber, also dass ich solchen Leuten dann einfach wirklich, wie in diesem Witz, einfach mal irgendwie den Quatsch Comedy Club als Adresse schicke und sage, komm doch abholen. Ich habe auch schon mal versucht mit, okay, das führt dann auch nicht zu wirklich guten Ergebnissen. Die Leute werden dann einfach nur aggressiv teilweise. Und die anderen fragen dann einfach nur, was ist los, bist du dumm, dies, das, Ananas, ihr kennt das sicherlich. Kann man auch nachvollziehen logischerweise. Aber, meine Güte, ich weiß auch nicht, was soll ich den Leuten schreiben, wenn sie mir irgendwelche schwachsinnigen Preisvorschläge oder sinnlose Sätze einfach schicken. Und, ja, die meisten sind tatsächlich nett, wenn sie kommen. Es gibt allerdings auch Typen, die sind nicht so nett. Es waren heute nämlich, waren zwei da, die waren eigentlich ganz okay, so von ihrer Art. Genau, so vom Verhandeln läuft das übrigens mit den Leuten meistens so ab. Also gerade Südländer sind meistens so gepolt, die fragen dich jeden Scheiß. Oh, ist das dein Grundstück? Ist das dein Haus? Oh, ist das deine Blume? Dies, das, Ananas. Die versuchen irgendwie scheinbar so eine Beziehung aufzubauen oder so. Ja, genau. Jedenfalls, die versuchen da halt irgendwie eine Beziehung aufzubauen zu einem und einen so ein bisschen einzunullen. Hat einfach diesen Hintergrund, dass man dann halt so eine persönliche Ebene zu jemandem hat. Und viele sind natürlich auch stolz und geschmeichelt, wenn man sich für sie interessiert. Und das macht die Verhandlung dann nachher auch etwas einfacher. Also da merkt ihr schon, die sind nicht doof. Die wissen schon, was sie da machen. Die sind also auch nicht einfach nur dreist. Naja, dreist sind sie sicherlich schon, die Leute, die sowas machen. Aber das gehört halt zu ihrer Taktik dazu. Und ich meine, ich habe das bisher bei allen solchen Leuten, also das soll jetzt nicht negativ sein, aber bei allen, die so einkaufen, erlebt, dass die halt dieses Schema fahren, dass sie sich einen so ein bisschen anschmeicheln und, und, und. Und dann geht es dann auch einfach so darum, dann gucken sie sich das Auto an. Manche sind dann ein bisschen freundlich oder auch weniger freundlich. Und die weniger freundlichen, die schicke ich dann immer direkt nach Hause, weil ich da gar keine Lust drauf habe. Mal davon abgesehen, dass man dann mit denen eh nicht einig wird. Also ich will denen dann das Auto auch einfach gar nicht verkaufen. Wenn die nicht nett zu mir sind, dann denke ich mir auch, ja, leco mio della poppo. Genau, jedenfalls ist es dann so, dann mekeln sie halt so ein bisschen am Auto rum und manchmal versuchen sie auch so ein bisschen auf Einsicht zu plädieren, aber irgendwie so ein bisschen wahllos, nicht so gefühlvoll. Man merkt halt manchmal, dass manche, dass die deutsche Sprache einfach nicht so gut beherrschen oder noch nicht so ein gutes Gefühl dafür haben. Sicherlich ist das dann in der Heimatsprache von den Leuten dann meistens besser, aber wenn sie mit mir Deutsch sprechen, ich spreche halt nur Deutsch, ich spreche jetzt kein Arabisch, Türkisch oder was es da auch so für Sprachen gibt, je nachdem, woher die Leute dann kommen. Jedenfalls merke ich dann durchaus, dass das halt einfach nicht dieses Feeling ist. Ist aber auch nicht weiter tragisch. Genau, und dann versuchen sie halt zu appellieren, ah, schau mal, ich muss dies machen, jenes machen, tralala machen und im Endeffekt machen sie wahrscheinlich gar nichts, weil die Kiste einfach nur ins Ausland geschoben wird, so wie sie ist. Oder selbst wenn sie was machen, es spielt auch gar keine Rolle, weil im Prinzip mir ist es ja durchaus bewusst, ich habe den Wagen ja auch so inseriert und in dem Bewusstsein, dass halt was kaputt ist und das, was gemacht werden muss. Und insofern frage ich mich dann natürlich auch, ja, warum erzählst du mir das? Das ist jetzt keine Verhandlung in dem Sinne für mich, sondern wenn er mir sagen würde, ja, hier, dies, das habe ich noch zusätzlich gefunden, dann könnte ich natürlich verstehen, okay, das ist nochmal ein Verhandlungsgrundsatz oder wenn er mir sagt, ja, so, also ich sehe den Wert von diesem Auto, klar, er hat gute Bodypanels, dies, das, Ananas, er ist in einem guten Zustand, das Auto interessiert mich, dann würde man sagen, okay, er erkennt an, wertschätzt, ja, und dann kann man natürlich auch darüber sprechen, dass man dann halt ein bisschen am Preis dreht. So, jedenfalls, im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, dass sie dann zu einem sagen, ja, was willst du denn für das Auto haben? Und ich sage dann immer, du, ich habe schon meinen Preis reingeschrieben, in diesem Fall 750 Euro Verhandlungsbasis, darüber können wir reden. Und naja, aber die Verhandlungsbasis, komm, sag doch mal deinen Preis. Der Hintergrund ist jetzt einfach der, ja, die wollen einfach partout nicht den zweiten Preis nennen, also ihren ersten Schritt machen. Das hat den ganz einfachen Hintergrund, dass man damit erstmal herauskitzelt, so den ersten Step von dem Verkäufer, ja. Der sagt dann, ja, meinetwegen den logischen Schritt, weil ich wollte ja auch 500 Euro haben, und so ein logischer Schritt bei 750 Euro wäre durchaus 500 Euro. So, dann sage ich 500 Euro. Aber ich sage halt auch, also ich sage dann halt nicht diese 500 Euro, so rum. So, und dann warte ich darauf ab und dränge die dazu, dass sie dann halt sagen, okay, das wäre ihr Preis. Und dann sage ich zu denen, meistens kommt dann, also die ersten zwei, die da waren heute, morgen, die sagten dann entweder 150 oder 300, ich weiß nicht mehr. Und dann, ich glaube, 150. Und dann habe ich zu denen gesagt, wisst ihr, Jungs, also, wenn ihr mir halt so kommt, dann brauchen wir darüber auch gar nicht sprechen. Dann komme ich halt auch einfach nur so in 10er-Schritten euch entgegen und habe halt gesagt, okay, dann machen wir halt 700 Euro. Dann euer Step. Dann waren die auch schon so entnervt und sind gegangen. Und da wusste ich halt schon, okay, das waren so richtige Billigheiser und insofern war das halt auch gut, dass die dann auch gegangen sind relativ schnell, weil es kostet ja auch einfach nur Zeit. Jedenfalls, Hintergrund ist halt, dass die versuchen, diese 500 Euro zu hören und einen dann noch weiter unter diese 500 Euro zu drücken. weil es ist dann halt viel einfacher zu sagen, von 500 Euro zu 150 oder 300 Euro als von 750 zu 300 Euro. Das ist halt ein großer Schritt. Das ist so diese Salami-Taktik, so nennt man das. Die spielen die da im Prinzip. Ja, und insofern würde ich sagen, das ist halt dann diese Taktik und meine Taktik, um dagegen zu wirken, ist halt einfach, A, nicht seinen niedrigsten Preis zu nennen, B, überhaupt erstmal gar keinen Preis zu nennen, sondern erstmal das Gegenangebot zu hören und dann sinnvoll dagegen zu argumentieren und einfach zu sagen, nee, also das ist mir einfach zu wenig und das entspricht auch nicht dem Markt und ich denke, dass mein Preis, zum Beispiel diese 750 Euro, das ist durchaus ein fairer Preis, mit dem kann man leben, wenn es jetzt wirklich nur diese Zündspule ist, dann kostet das nicht viel Geld, bla 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 und wenn die dann aber sagen, ja gut, aber es könnte ja auch mehr sein und so weiter, dann kann man ja auch nochmal so einen Sicherheitspuffer mit einbauen, den man denen einfach mitgibt, aber das sind dann einfach nur diese 500 Euro und das habe ich ja auch so mit meiner Taktik umsetzen können. Geht nicht bei jedem, muss ja auch nicht, aber es funktioniert, also gegen diese Taktik denke ich, kann man am besten einfach so vorgehen, um einfach seinen Wunschpreis zu erhalten, aber beachtet bitte, ihr müsst halt auch immer so ein bisschen realistisch bleiben und auf dem Boden der Tatsachen bleiben und nicht sagen, oh, ich habe aber irgend so ein bescheuertes Sondermodell, wo dann einfach nur irgendein bekloppte Sticker drauf ist oder so, das ist jetzt nicht wirklich was, wo du sagen kannst, ja, das ist besonders geil. Weil geil ist, wenn du ein schwarzes Auto hast, schwarze Autos verkaufen sich einfach immer gut, da kannst du auch ein bisschen höheren Preis nehmen, aber jetzt nicht irgendwie das Doppelte oder so. Also einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, einfach mal schauen, was ist so am Markt. Gerade bei Young- und Oldtimern sind häufig die Preise Wunschpreise, also Sammlerpreise, wie man das ja auch so gerne nennt, die aber eher selten direkt so umgesetzt werden können. Solche Autos stehen dann auch schon ein, zwei Jahre, bis sie überhaupt verkauft sind. Und da seht ihr, ein Händler rechnet normalerweise mit maximal drei Monaten Standzeit, eher einen Monat. Und ihr solltet euren Gebrauchtwagen auch innerhalb dieser Zeit in etwa verkaufen können. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist der Preis einfach gerade für den Moment einfach zu hoch. Und dann muss man halt schauen. Es gibt natürlich Autos, die verkaufen sich einfach schlecht. Das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber für gewöhnlich kann man so mit diesen Zeiten rechnen. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Ich freue mich auch, wenn ihr weiter meinen Kanal besucht. Lasst doch ein Abo da, aktiviert die Glocke und erzählt mir doch mal von euren Erfahrungen. Was habt ihr da bisher so erlebt bei Ebay Kleinanzeigen und Co. Und ja, sagt doch auch mir gerne, was ihr von meinen Taktiken, die ich euch gerade erklärt oder dargelegt habe, haltet. Eventuell habt ihr ja auch noch andere Versionen, wie ihr da vorgeht, die vielleicht auch nochmal besser sind als meine. Genau, danke dafür. Bleibt gesund. Weiterhin alles Gute. Bis dahin. Ade. Geirsiniz. Untertitelung des ZDF, 2020